3, 2, 1 Starke Marken und starke Produkte. Willkommen bei Ametek Advanced Motion Solutions, einem führenden Unternehmen der Antriebstechnik. Wir sind ein Teil des Ametek Konzerns, einem börsennotierten S&P 500 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 4 Milliarden Dollar und mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit. Unsere Produkte finden Einsatz in zahlreichen Anlagen, Maschinen und Produkten, die uns täglich voranbringen. Um sie von A nach B zu bringen. Um ihnen Türen zu öffnen. Um ihre Alltagsprodukte herzustellen. Um ihre Einkäufe zu liefern. Um ihnen das Leben zu erleichtern. Um ihnen Energie zu liefern. Zur Herstellung ihrer Lebensmittel und damit sie gesund und fit bleiben. Wir haben die richtige Antriebslösung. Ob Gleichstrom oder Wechselstrom. Motor, Lüfter oder Gebläse. Rotierende oder lineare Bewegung. Ob einzelne Komponenten oder ein komplettes System. Rein mechanisch oder mit Antriebssteuerung. Ametek Advanced Motion Solutions hat die passende Lösung. Mit unserem globalen Netzwerk von Vertriebs-, Fertigungs-, Service- und Support-Niederlassungen auf der ganzen Welt sind wir da, wo sie sind. Gemeinsam mit ihnen definieren wir die Spezifikationen für ihre Antriebslösungen. Wir designen unsere Produkte, die perfekt auf ihre Anwendung abgestimmt sind und produzieren ihre Prototypen. Unsere Produkte sind qualifiziert und geprüft auf Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Schutzart, Temperaturen und Geräusche. Von Einzelkomponenten bis hin zur Endmontage inklusive kontinuierlicher Qualitätsüberwachung und Endkontrolle ist unsere Produktion auf modernsten Anlagen aufgebaut. Was auch immer Ihre Herausforderungen sind, Ametek Advanced Motion Solutions ist an Ihrer Seite.